Yes. Gut, also. Tunis und Schell treffen sich. So sagt der Tunis. Was meint eigentlich der Oma? Der Oma? Wieso? Ja, was hier? Der Oma? Der Oma ist dort. Ja, wie? Was hättest du denn gehatt? Ja, zwei Zimmerküche, die Le Bad. Nee, was hätt er gefehlt? In den Balkon. Nee, wie sie gestorben ist. Ach so. Ja, man wollte Riefkuchen machen. Da ist er in die Kerlertreppe runtergegangen. Vor dem Edeppel hole. Da ist er aus psychotischem Falle. Da warst du tot. Ja, und da? Was hat er denn da gemacht? Eine Nudel. Und wo haben wir her? Was? Wann haben wir her? Also, ich bin Wolfgang Niedeck und singe normalerweise bei Papp. Wenn ich keine Witze erzähle. Joke TV. Joke TV. Jawohl, jawohl, ganz genau.